Ich bin Sonoccia Colendra und arbeite als Fachfrau Gesundheit. Ich bin Lise Maria Rogli und arbeite als Köchin. Ich bin Gloe Weiss und arbeite als Hotelfachfrau. Ich komme hier gerne arbeiten, weil ich den Kundenkontakt sehr schätze. Ich schätze, dass wir hier engen Kontakt zu unseren Bewohnern haben. Und weil wir im Team sehr gut haben und einander unterstützen. Am liebsten mache ich meinen Job, dass ich mit dem Essen den Leuten Freude zaubern kann. Das Net Tower lässt zurückkommen und macht den meisten Spass. Ich habe mich für die Residenz Viva entschieden, weil das Essen für die Bewohner und gleichzeitig im Restaurant den Unterschied zu schicken. Ich fühle mich bei Residenz Viva, weil das so ein familiärer Betrieb ist. Und als Team haben wir auch nur eine Station. Und das ist auch sehr familiär zwischen uns und freundlich, freundschaftlich. Und wirklich sehr wohl fühlt man sich hier. Yan? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020